Wow, das sieht ja echt interessant aus, wie so ein kleiner Bren Canyon. Kommt das vom Regen, der alles überflutet hat? Ja, das ist also wirklich begeisternd hier das zu sehen. Das sieht man nicht jeden Tag, sondern da gehe ich davon aus, dass also hier ein Starkregenereignis stattgefunden hat. In dieser ursprünglichen Fläche hat sich dann so viel Wasser angestaut da oben. Das ist also dann schwallartig abgeflossen und hat sich hier eingegraben und fräst dabei dieses gesamte Areal hier heraus innerhalb weniger Augenblicke. Du warst doch neulich erst im Grand Canyon auf einer Exkursion. Wie soll der denn entstanden sein? Der Grand Canyon ist ein einzigartiges Naturwunder. Er besteht aus Gesteinsabfolgen, die uns einen Großteil der Erdgeschichte sehr anschaulich vor Augen führen. Von der Hochebene am Rand des Grand Canyons bis hinunter in eine Tiefe von bis zu 1800 Metern zum Colorado River sind die meist horizontal gelagerten Gesteinsschichten der einzelnen geologischen Systeme gut zu erkennen. Die Gesteine, die im tiefsten Bereich der Schlucht zu sehen sind, sollen radiometrischen Datierungen zufolge fast zwei Milliarden Jahre alt sein. Der Kalkstein am Canyonrand wird auf ein Alter von 270 Millionen Jahre datiert. Die Erosion, die diese Schlucht gebildet und die Gesteinsschichten freigelegt hat, soll in den letzten zwei bis sechs Millionen Jahren stattgefunden haben. Leider können wir in der Geologie nicht einfach in die Vergangenheit zurückreisen und die Entstehung solch eines Canyons beobachten. Wir können nur anhand der uns heute vorliegenden Daten einen oder mehrere Erklärungsversuche unternehmen. Als Geowissenschaftler wollen wir also herausfinden, wie solch eine Schlucht in der Vergangenheit entstanden ist, obwohl wir selbst nicht dabei waren. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, wenn das der Grand Canyon wäre, dann würde hier der Colorado River durchfließen? Richtig, hier würde der Colorado River durchfließen und man geht davon aus, dass der Grand Canyon in relativ kurzer Zeit entstanden sein muss. Zum Beispiel steht sogar auf den Schautafeln am Grand Canyon, dass die Erosion des Canyons sehr schnell verlaufen ist und das sogar im konventionellen geologischen Langzeitrahmen. Aber was wir hier sehen, und das können wir dann auf den Grand Canyon übertragen, diese Steilwände. Steilwände sind sehr instabil und verflachen im Lauf der Zeit durch Abtragungsvorgänge. Der natürliche Böschungswinkel eines Hangs beträgt ungefähr 45 Grad. Hier haben wir fast 90, 80, 90 Grad. Das heißt also, das spricht für eine schnelle, rasche, katastrophale Erosion. Bei diesem kleinen Canyon wissen wir genau, dass er in nur wenigen Stunden oder Tagen entstanden ist. Bei der Bildung des Grand Canyon und der anderen Canyons auf dem Colorado Plateau war natürlich niemand dabei, der uns davon berichten könnte. Und das ist genau die Schwierigkeit in den Geowissenschaften, im Unterschied zu den anderen Wissenschaften. Wir müssen einerseits die heutigen Beobachtungen in die Vergangenheit zurück übertragen. Andererseits müssen wir auch einmalige Ereignisse annehmen, die so außergewöhnlich und bedeutsam waren, dass wir sie nicht jeden Tag beobachten können. Geologen sammeln im Gelände Daten, die man als kleine Puzzleteile eines Gesamtbildes verstehen kann. Doch diese Daten liefern nur Bausteine und kein komplettes Bild der geologischen Vergangenheit. Sie müssen durch grundsätzliche Annahmen über vergangene Abläufe in der Natur gedeutet werden. Die Frage ist, wie diese Puzzleteile ein schlüssiges Gesamtbild ergeben. So entsteht eine Hypothese, die dem Wissenschaftler bei der Deutung der Daten als Werkzeug dient. Durch diese Brille versucht also der Wissenschaftler, die Geländedaten zur Entstehung von Schluchten und Landschaftsformen zu deuten. Dadurch entstehen viele Diskussionen unter den Wissenschaftlern, wie auch bei der Entstehung der hier gezeigten eindrucksvollen Landschaftsformen im Arches National Park. Dieser liegt, wie auch der Grand Canyon, auf dem herausgehobenen und tief erodierten Colorado Plateau. Für die Entstehung dieser Canyons und Landschaftsformen gibt es zahlreiche Erklärungsversuche. Gemeinsam ist allen, dass relativ starke Erosionsprozesse angenommen werden. Allerdings werden diese Abläufe im herkömmlichen Denkrahmen gedeutet, der viele Jahrhunderttausende bis Jahrmillionen umfasst. Könnte die Eintiefung der Canyons aber auch viel, viel schneller abgelaufen sein? Eine besondere geologische Katastrophe, die in jüngerer Vergangenheit stattgefunden hat und deren Abläufe sehr gut dokumentiert sind, ist der Ausbruch des Mount St. Helens im Westen der USA. Dieser Vulkanausbruch kann als eine Art geologisches Miniaturlabor dienen und durch ihn sind Rückschlüsse auf erdgeschichtliche Monumente wie den Grand Canyon möglich. Einen Tag vor dem verheerenden Ausbruch hatte der Mount St. Helens noch die typische kegelförmige Gestalt eines Schichtvulkans. Der Spirit Lake am Fuß des Berges entwässerte westwärts in den Nordarm des Tootle River. Am 18. Mai 1980 um 8.32 Uhr erschütterte ein starkes Erdbeben den ganzen Berg und der komplette Nordhang ging als gewaltige Eisschnee-Schuttlawine ab. Die danach stattfindende Dampfexplosion verwüstete das gesamte nördliche Areal bis zu einer Entfernung zwischen 15 und 28 Kilometern. Riesige Mengen Trümmergestein und Gletschereis stürzten in den Spirit Lake und lösten eine gigantische Flutwelle aus. Diese schoss bis zu einer Höhe von 260 Meter in die seitlichen Täler und erodierte die Hänge tiefgreifend. Durch die Flutwelle wurden etwa eine Million Bäume abgerissen und in den Spirit Lake geschwemmt. Die Baumstämme bilden noch heute eine großflächige Matte auf der Wasseroberfläche. Die neun Stunden andauernde Ascheneruption danach wurde begleitet von zahlreichen Schlammströmen aus geschmolzenem Schnee und Eis, vermischt mit vulkanischer Asche und Gesteinsmaterial. Hinzu kamen sogenannte pyroklastische Ströme, ein Gemisch heißer Gase und vulkanischer Partikel. Sie glitten wie eine Lawine mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde über den Boden. Durch weiche wie auch harte Gesteinsschichten hindurch entstanden mehrere, zum Teil bis zu 230 Meter tiefe Canyons. Vor Ort kann man heute noch sehr eindrucksvoll die Erosionstiefe beobachten. Am Fuß des Mount St. Helens war eine völlig neue Landschaft entstanden. Weil der nördliche Bereich des Tuttle River von einer großen Menge Schutt blockiert wurde, bildeten sich hier Stauseen. Durch den Gesteinsschutz und die Umgestaltung der Landschaft stieg der Wasserspiegel des Spirit Lake um circa 75 Meter. Die Fläche des Sees hat sich fast verdoppelt und er hatte keinen natürlichen Abfluss mehr. Ein weiterer kleinerer Ausbruch am 19. März 1982 brachte das Eis in der Gipfelregion des Vulkans zum Schmelzen. Der Wasserstrom riss Gesteinsmaterial mit sich und wälzte sich über die Schuttlandschaft hinweg. Nun entstand ein neues, verzweigtes Entwässerungssystem mit charakteristischen Canyons. Die Kennzeichen des an einem einzigen Tag entstandenen Little Grand Canyon waren Steilhänge, Verebnungsflächen, Hängetäler, stufenförmige Terrassen sowie ein Talboden, der von da an als Flussbett diente. Zum ersten Mal seit dem Ausbruch 1980 hatte der Tuttle River wieder ein verzweigtes, aus Tiefencanyons gebildetes Entwässerungssystem. Beim Anblick des Areals am Mount St. Helens könnte man ohne Kenntnis der Geschehnisse vermuten, dass die Strukturen im Verlauf von vielen Jahrtausenden durch langsame Erosion erzeugt wurden. Aber in Wirklichkeit schafften hier katastrophale Ereignisse in äußerst kurzer Zeit eine völlig neue, eindrucksvolle Landschaft. Eine weitere, gut dokumentierte Katastrophe war die Entstehung des Canyon Lake Gorge in Texas im Juli 2002. Extreme Regenfälle verursachten einen Dammbruch, der eine Sturzflut zur Folge hatte. Diese Flut meißelte innerhalb von drei Tagen einen 2,2 Kilometer langen und durchschnittlich sieben Meter tiefen Canyon in festes Gestein. Bei der Entstehung dieses neuen Canyons konnte man verschiedene Faktoren wie Abflussmenge, Dauer der Sturzflut sowie die topografischen Veränderungen vor und nach dem Ereignis genau studieren. Aufgrund dieser Beobachtungen kann man nun plausiblere Modelle zur Rekonstruktion anderer Canyons und Landschaftsformen entwickeln. Diese katastrophale Erosion des Canyon Lake Gorge hat gezeigt, dass durch eine enorme, in kurzer Zeit zur Verfügung stehende Wassermenge im Kleinformat offensichtlich genau dieselben und damit vergleichbaren Strukturen entstehen, wie wir sie im Großformat bei anderen Canyons weltweit öfter antreffen. Dies lässt den Schluss auf andere Erklärungsmöglichkeiten für die Entstehung von Canyons zu als die üblicherweise angenommenen Zeiträume von vielen tausend und Millionen Jahren. Geologische und geografische Befunde legen außerdem nahe, dass erdgeschichtliche Megafluten wohl noch sehr viel größere Ausmaße hatten und entsprechende Reliktlandschaften hinterließen. In den Canyons des Colorado Plateaus kann man viele Strukturen beobachten, die an den Canyon Lake Gorge und den Little Grand Canyon erinnern. Das lässt auf gleichermaßen katastrophale Vorgänge schließen und damit auf eine möglicherweise sehr rasche Entstehung, allerdings in sehr viel größerem Maßstab. Es müsste in der Vergangenheit gigantische Überschwemmungsereignisse gegeben haben, die für uns heute nur schwer vorstellbar sind. Aber gerade durch Hochwasserkatastrophen, wie zum Beispiel in Deutschland in den Jahren 2002 und 2013, werden wir an eine wichtige Regel erinnert. Wenn kontinuierlich wenig Wasser vorhanden ist, benötigt Erosion viel Zeit. Wenn kurzfristig sehr viel Wasser vorhanden ist, benötigt Erosion sehr wenig Zeit. Viele Flutereignisse weltweit zeigen uns inzwischen, wie schnell und wie grundlegend Landschaften umgestaltet werden können, wenn sehr viel Wasser im Spiel ist. Abgesehen von bedauernswerten Todesfällen, Personen und Sachschäden wird auch die Tier- und Pflanzenwelt in Mitleidenschaft gezogen. Selbst große Steine werden bewegt, erodiert und auch abgelagert. Die nach einer Flut sehr schnell entstandenen Strukturen erinnern uns an Landschaften, wie sie in viel größerem Maßstab in der Vergangenheit entstanden sind. Inzwischen betreiben wir eigene Forschungen und sehen uns die Auswirkungen von Wasser auf Sedimente im Wasserlabor an. Rückschreiende Erosion par excellence. Manche Strukturen, die wir im Kleinen sehen, kommen uns recht bekannt vor. Und wir können Vorgänge beobachten, wie die rückschreitende Erosion, die Bildung von steilen Talhängen und Hochflächen sowie den schnellen Abtransport von Gesteinsmaterial. Wir sind nun bei der alten Frage der Geologen, ob langsam fortschreitende, fast unmerkliche Prozesse oder aber schnelle, katastrophale und verheerende Vorgänge als Denkrahmen für die Abläufe in der Vergangenheit vorausgesetzt werden müssen. Man könnte verkürzt fragen, legen wir den Gradualismus oder den Katastrophismus als Denkrahmen zugrunde. Seit Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts hat sich in den Geowissenschaften der Gradualismus als beherrschender Denkrahmen etabliert. Dieses Prinzip der Gleichförmigkeit der Prozesse besagt, dass zum Beispiel die Oberflächenstrukturen der Erde durch die gleichen Vorgänge entstanden sind, die wir auch heute beobachten können. Man geht also davon aus, dass die geologischen Prozesse der Vergangenheit in vergleichbarer Weise sowohl in ihrer Art als auch in ihrem Ausmaß wie heute abgelaufen sind. Vor allem James Hutton und Charles Lyell haben dieses ultimative Erklärungsprinzip für die heutige geologische Forschungsweise begründet. Es werden also unter dieser Annahme Rückschlüsse von heutigen Abläufen auf Bildungsprozesse in der Vergangenheit gezogen. Man denkt damit automatisch in sehr langen Zeiträumen, denn die meisten Prozesse, die wir heute beobachten können, brauchen sehr lange, um große Veränderungen zu bewirken. Wie sehr diese Denkweise den Fortschritt und das Weiterdenken in den Geowissenschaften beeinflussen, aber auch behindern konnte, sehen wir an einem berühmten Beispiel bei der Erforschung der außergewöhnlichen Landschaftsformen in den Channeled Scaplands in den USA. In den 1920er Jahren gingen die Geowissenschaftler davon aus, dass die Scaplands im US-Bundesstaat Washington im Laufe von einigen hunderttausend Jahren entstanden sein mussten. Das entsprach dem Denkrahmen des Gradualismus. Man erklärte also die Bildung dieser Oberflächenstrukturen durch lang andauernde Abtragungsvorgänge. Der Geologe J. Harlan Bratz erforschte die Gegend viele Jahre lang und kam dann zu dem Schluss, etwas Plötzliches, ja Ungeheuerliches, musste diese Scapland-Kanäle in den Untergrund eingeschnitten haben. Bratz äußerte sich vorsichtig. Die Erwähnung einer großen Überflutung wäre von der geologischen Wissenschaft damals geradezu als Tabubruch angesehen worden, denn das würde möglicherweise an die biblische Sintflut erinnern, die doch in der Geologie längst über Bord geworfen worden war. Aber trotz seiner vorsichtigen Argumentation ging ein Aufschrei durch die Fachwelt und Bratz wurde als Ketzer förmlich zerrissen. Die damaligen Gegner von J. Harlan Bratz ließen nur den Denkrahmen des Gradualismus gelten, der von vornherein jede Deutung durch ein oder mehrere katastrophale Ereignisse ausschloss. Antikatastrophische Ansichten waren so sehr im gebräuchlichen Denken verankert, dass es nahezu das ganze Jahrhundert überdauerte, die ketzerischen Gedanken eines jungen Emporkömmlings zu akzeptieren, der die Beweise für eine gigantische Flut in den Channels-Caplands entdeckt hatte. Nach 40 Jahren vehementer Ablehnung waren die Geologen im Jahr 1965 schließlich dann doch zur Überzeugung gelangt, dass Bratz recht hatte. Sie sandten dem mittlerweile 83-Jährigen ein Glückwunsch-Telegramm mit den Worten, wir sind nun alle Katastrophisten. Im hohen Alter von 96 Jahren erhielt Bratz 1979 noch die höchste geologische Auszeichnung der Vereinigten Staaten, die sogenannte Penrose-Ehrenmedaille. Wie man an diesem Beispiel sieht, sind Wissenschaftler, gerade im Hinblick auf die Deutung der geologischen Vergangenheit, nicht immer unvoreingenommen. Im Gegenteil, sie orientieren sich an einem Deutungsrahmen, der sich nicht ausschließlich aus den Geländebefunden ergibt, sondern auch grundsätzliche Vorstellungen über Abläufe in der Natur beinhaltet. Entsprechend der vorherrschenden Sichtweise werden die Befunde dann interpretiert. Ah, Gott sei Dank ist nichts passiert. Denn ohne meine Brille bin ich ja fast blind und sehe kaum was. Ich finde, es ist ein ganz gutes Bild, weil nur mit der richtigen Brille erkennen wir die Dinge auch und mit der falschen Brille sind wir einfach unscharf. Der wesentliche Punkt, den wir jetzt vielleicht hier gelernt haben, ist, dass viel Wasser in kurzer Zeit viel bewirbt. Und wenn ich dieses Puzzleteil auslasse, dann fehlt mir ein entscheidender Punkt oder habe vielleicht dann auch die falsche Brille auf. In diesem Sinne. Was du getan hast, Herr, macht mich froh. Dein Eingreifen löst meinen Jubel aus. Herr, wie gewaltig sind deine Taten, wie unergründlich deine Gedanken. Wer keine Einsicht hat, erkennt sie nicht. Wer sich nichts sagen lässt, wird nichts davon verstehen. Wille, würde ich michième phys curso. Vielen Dank.